Du sagst nach außen hin, da wirfst du ein paar Nebelgranaten und das Unklar ist, was deine Strategie der Firma ist etc. Und nach innen hin bist du dann halt irgendwie das, was wir verkörpern. Und ich glaube, das funktioniert aber nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, dass du in deiner Kommunikation so zwiegespalten bist. Und vor allem, wie soll das auch funktionieren? Jetzt machst du, weiß nicht, dein Shareholder-Meeting und da redest du so, 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 so. Und dann drehst du dich um zu deinem eigenen Team und bist auf einmal total offen und hin und her. Das ist auch schon öfters diskutiert worden im Locker-Room-Talk, wenn wir wieder zum Sport zurückkommen, mit der Frage, wie soll man gegenüber den Medien und dem eigenen Team umgehen? Kann man sich quasi in den Medien hinstellen und dieses und jenes behaupten und sich dann umdrehen und im Team-Meeting behaupten, alles ist ganz anders? Und glaubt man dann, dass die Spieler jetzt in dem Fall, aber auch was den Mitarbeitern entspricht, dass die eben nicht die Medien verfolgen oder nicht mitbekommen, was dort gesagt wird. Und dann, also das wird ja total komisch, ja, weil du konterkarierst ja deine eigene Position. Wie willst du jemals glaubwürdig sein? Also ich glaube, auch dieser Mittelweg kann nicht zum Ziel führen. Wie funktioniert die Eintroum-Time 990-170-280-180-280-15050? Also ich glaube, ich würde ja gegen die Medien und tree heraus подписchen,